herzlich willkommen zu einer weiteren runde von und mit ist dann anders dem der verwirrten dass die letzte folge steckt mir noch in den knochen die geschichte damit den mit dem handel das lässt mich nicht los oder so schauen wir mal so wir haben ja hier das problem wir brauchen silberdiegen ich muss noch mal auf die übersicht bezüglich der waffen da steht jetzt 17 ich glaube in der letzte folge war da noch mit 16 das heißt wir werden immerhin schon mal produziert jetzt tauchen da auch die 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 nächsten handelsträger auf 0 von 10 ok ok könnte also sein dass ich da was tut so ja da bin ich mal gespannt ja was wir auch noch natürlich immer haben hier das problem mit den dieben die jetzt einfach unsere entdecker angreifen von wo kommst du wahrscheinlich von hier wo habe ich alles klar ja gut das ist natürlich jetzt vielleicht nicht so ganz so gut befürchte hier vorne ist dann aber auch dann schon ende gelände nichts desto trotz um das dann halt wirklich auszuschließen dass das so ist oder nicht setzt sich das teil mal hier hin damit sie sich mehr so in diese richtung orientieren ok wir müssen uns auf jeden fall in jene richtung orientieren früher oder später wahrscheinlich eher früher als später hier gibt es hinbeeren hier gibt es geht hier gibt es wald theoretisch könnte man hier noch weiter oder weitere produktionsstätten errichten wobei ich sogar schon überlege ob das nicht unter Umständen sogar erforderlich ist was ich natürlich noch brauche weil ich noch gar nicht hier habe es fällt mir gerade auf oder nicht genügend habe weil ich mit anderen dingen beschäftigt war und die mich entsprechend gefangen genommen haben habe haben 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 wir brauchen natürlich hier leute die die grenz steine verrücken ganz klar und das habe ich so ein bisschen noch aus den augen verloren zu ist passiert so das heißt ich brauche jetzt hier auf jeden fall waldläufer ich würde gerne veteran machen anländischen hier entsprechend rekrutieren da brauche ich eisenlanzen für der 20 dort ist aber immer so eine sache weil ich noch nicht so genau weiß was ich hier reserviert gemeint verfügbar sind vier reserviert sind 16 sind die irgendein lager sind die irgendwo eingebunden ich gehe mal davon aus sie sind nicht verfügbar sind nicht verfügbar sind nicht verfügbar sind nicht verfügbar vier existieren hier rum ich brauche ziehen man soll die mal zügig da sechs weitere machen veteran wachen da habe ich es nicht drauf geachtet die muss ich auch rekrutieren mit der akademie genau zehn stück sonst sein vielleicht habe ich ja auch die geschichten dafür schon kette nur bestungen das war das andere thema da machen wir auch mal 10 vorsichtshalber vielleicht sind die sachen ja auch schon da das sieht gut aus da habe ich mal wenigstens ein paar sachen auf vorrat das war auch jetzt mehr glücklicher zufall als alles andere das war jetzt nicht geplant oder vielleicht hatte ich das in einer der folgen der 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 vergangenen wochen der vergangenen folgen in angriff genommen entsprechend ich sollte den schnabel halten ich rede nur noch unsinn man so da habe ich ein bisschen fehler an das müssen habe ich fackeln holzwerkstatt werkbauverarbeitung holzwerkstatt und macht die gerade gar nichts was schlecht das muss auf dem dach bewahren haben wir ok moment mal eben hat die gleiche auf lager sieht so aus sieht tatsächlich so aus das ist aber nicht schlimm das ganz gut dann setze ich hier nämlich ein lager hin und da fackeln eine sache sind die wir immer mal wieder brauchen neben anderen dann würde ich einfach mal ein paar fackeln einladen so wir werden eigentlich schon wieder ich sag ja das ganze ding hier ist voll mit irgendwelchen dieben ist es nimmt kein ende ich kann meine leute hinschicken wo ich ja auch immer hinschicken möchte die treffen ständig auf irgendwelchen liebe da ist ein lager da ist wenigstens einlager wenn ich hier dann nimmt schon form an das ist nicht mehr schön und mann um mann so was ist hiermit planiere sind auf dem weg aus cool denn ich komme überhaupt nicht vorwärts wenn ich hier nicht mal so langsam so ein bisschen die grenzsteine verrucke das ist nicht so gut hier kann ich leider nicht hier würde ich gerne auch hier geht nichts mehr glaube ich glaube ich nicht machbar oder beziehungsweise haben die das nicht sogar gemacht zum gewissen punkt ach soja kohle genau das andere thema da die finden noch kohle ich könnte oder sollte vielleicht sogar auch was ihnen hier so ein bisschen platzieren glaube ich da ist nämlich kupfer da war wohl mal kohle hier ist kohle okay wir sind hier aus da ist kohle also halten schon mal fest ich habe zwei aktive der hat da noch kohle abgebaut aber ist angeblich auch noch dabei kohle abzubauen weil die frage wo kupfer und stein stein da ist kohle ok dann sollte ich vielleicht hier hinsetzen also der kriegt auf jeden fall da kann noch kohle abbauen das heißt drei und dort ist tot das war noch ein so kohle die mensch auf lager ok habe ich noch anderswo die möglichkeit kohle abzubauen eisenerz stein hier ist kohle eisen tagebau kohle tagebau das auch kohle ok zwei lager wachturm moment das sollte nicht das problem sein einen augenblick ich habe hier wurde sie nur noch fünf das brauchen die fackeln und leichte rüstung fackeln sind werden gerade hergestellt leichte rüstung habe ich stelle ich die auch gerade her oder 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 moment 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 schneider 3 ist im augenblick ohne irgendwelche aufträge ihr macht mal fünf davon und vor ist aber auch mal fünf davon und oder besser gesagt hier von zehn sicher ist sicher und dann brauche ich ausbildung militär akademie gar nicht war ausbildung jahre nicht der militär akademie auch die abendröhre gilde und da brauche ich waldläufe und zwar jede menge ich mach mal hier direkt 15 damit ich hier meine 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 verluste ausgleichen kann da sind acht und da sind nur noch fünf ich hoffe das funktioniert na gut die müssen natürlich jetzt erstmal ausgebildet werden die leute auf der anderen seite habe ich überhaupt noch genügend freie bevölkerung 910 sehe ich denn irgendwo wesen handwerk dann ist meine landmasse bevölkerung aktuelle voraussetzungen du benötigst eine gesamtsumme von 20 genuss mahlzeiten qualität in einem wohnhaus um ein neugeborenes zu erhalten nächste voraussetzung für neugeborene bei einer bevölkerung von 1000 wirst du insgesamt 30 genuss mahlzeit qualität benötigen ok da sind wir noch nicht ganz dran wir haben nicht genügend freie wohnungen sehe ich gerade von trägern und wohnungslosen arbeitslosen belegt 140 also von wohnung an die von wohnungslosen arbeit wenn ich nicht aber so entschuldigung wohnungslosen arbeit überlegt 140 sehe ich denn auch wer ob ich leute habe die keine beschäftigung haben oder sind jetzt geht es darum ich will die leute rekrutieren ich kann aber nur leute rekrutieren wenn ich auch noch genügend leute frei habe sonst nützt das ja nix denke ich mal ich bin nicht mehr falsch hier aus also es werden leute rekrutiert das ist schon mal cool nichtsdestotrotz sollte ich vielleicht hingehen und noch ein weiteres wohnhaus bauen denke ich mal mit mal bevölkerung hier ein kleines oder ein großes ein kleiner und großes griechen nirgends wohin ich meine ich kann das auch anders hinsetzen das muss ja nicht hier sein aber die sind trotzdem naja sieht also hier das sieht nicht gut aus ich mache mal ich erst mal ein kleines wir wollen das hat griechen nirgends wohnt doch doch hier würde es gehen dann machen wir das dann ist der platz hier auch genutzt so die taverne arbeitet aber sowieso ich glaube hier könnte ich mir vorliegen will er vorstellen ja da tut sich glaube ich was banditen banditen aber auch wir haben nicht nur die wir haben auch noch banditen genau das war ja der punkt ist jetzt hier mit den leuten aus der 9 plus 1 cool und hier sind schon mal hin schon mal 8 und 10 es wird es dauert ein bisschen aber es wird verzeiht ihr so veteran soldaten ok 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 moment ich sehe das 0 habe ich die er hat ihn gelernt und ich habe nur gelernt und hier gefühlt schlecht also hier sieht ja auch hier ist irgendwo alles tot der braucht eisenschwert und holzschwert könnte ich wir haben wir haben einen weiteren punkt erreicht glückwunsch du hast dich mit einer fraktion verbündet immerhin sehr schön mit fraktion vereinen ruf bei der fraktion siegesbedingungen bei dieser fraktion erfüllt du kannst entscheiden dich mit dieser fraktion zu vereinen und ihre wirtschaft in deine zu integrieren das machen so sehr cool und wir sollen es aber mit allen entsprechend anfreunden und wir haben jetzt hier die geschichte mit denen das noch nicht so wirklich funzt ich denke mal es wird daran liegen die eine geschichte war mit den silberdegen das hatte ich dann doch richtig erkannt glückwunsch eine fraktion hat sich dir angeschlossen sehr schön die sind jetzt mit unter partie das ist sehr sehr cool nicht größeren straßen also ich musste noch verbinden stimmt das war es ja noch wir müssen ja noch irgendwie hier zugehörig werden moment genau dann kriegen wir hin das ist überhaupt ein problem um blick mal eben straße und und schon sind die mit uns verbunden so sehr cool ja die warten auf stärkungsmahlzeiten wir das sind vorher funktioniert ich sehe hier keine landwirtschaft so auf den ersten blick bilderhaus handels posten da wären da wären noch dinge zu tun unter umständen so ok also nämlich sagt die eine wahl geschichte war mit den silberdegen ich gehe davon aus dass hier diese geschichte mit den mit der expedition an außenposten ist hier unsere anderen freunde das wird es sein da bin ich mir relativ sicher das sind hier unsere freunde so ich hatte mich aber wieder tausendmalen selber erfolgreich unterbrochen soldaten wir ich wollte ich wollte hier ganz gerne fortgeschrittene soldaten haben oder veteranen soldaten wenn das geht das sollte gehen ein augenblick mal eben ob zur militär akademie ich habe eisenschilder ich habe eisenschwerter ich habe ketten rüstungen so zehn veteranen soldaten und die würde ich ganz gerne wo war's wo war's wo war's hier nicht muss auch besetzt fliege auf mikro hier genau die nicht die nicht aber die veteranen soldaten würde ich dir ganz gerne einsetzen sobald das möglich ist wenn ich die habe machen wir die dort leben schwer veteranen soldaten moment habe ich hier sehr cool die sind da das ist fertig patrouillen punkt setzte ich mal ich bin im moment gar nicht war patrouillen punkt moment augenblick ihr macht euch mal auf den weg wo ist denn hier wo habe ich denn wo ist denn hallo da dann bitteschön sowas geht nicht da so hin patrouillen punkt so so ich auch noch mal anderes gar nicht den patrouillen punkt dann kann man auch da hinsetzen ist auch nicht schlimm aber auch hier in der datingen auch hierhin so dann beweis okay dann dann da 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 fiel mir immer noch zwei waldläufer aber die brauche ich für die banditen sowieso nicht trotzdem ist es nicht verkehrt die dann zu haben irgendwann das entdecker posten wir haben okay die auch dafür mir die entsprechenden leute das sind sechs das sind 66 so da gemacht sind das so dass ich verstehe die ehemalige die ehemalige andere aktionen oder andere andere das andere dorf alles klar ja cool dann kann ich das hier entsprechend aufstocken dann sollte ich so auf zehn kommen ja genau dann habe ich hier soldaten ich habe da soldaten und kann mich dann um diese banditenlage oder kümmern das sieht nicht verkehrt aus so ja alles andere muss man abwarten cool ja mann 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 es gibt immer noch es gibt immer noch hallo ich weiß es gibt immer noch viel zu tun ihr merkt gemerkt dieses spiel ist jetzt alles andere als 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 uninteressant also man muss hier schon man muss hier schon die gedanken beieinander halten und es gibt ihr immer wieder interessante dinge zu tun und es wird nicht langweilig ja das ist auf keinen fall wir haben hier wie es brennt hier an den unterschiedlichsten stellen ich habe immer noch mit banditen zu kämpfen ich habe immer noch nicht das land so weit erobert dass ich hierzu diese mysteriösen ort mich entsprechend begeben kann ja tausend dinge die wir noch machen müssen und wo ich da noch die entsprechenden baustellen habe aber es wird wir kommen voran wir kommen voran vielleicht nicht so ganz glatt wie in den voran vorherigen folgen und vorherigen inseln im augenblick bin ich so ein bisschen zwischen schwer tue ich mich nicht aber wie soll ich sagen läuft nicht so und ich muss ein bisschen überlegen was mache ich wo und wie mache ich was und habe hier und da mal so ein bisschen die die probleme mit der übersicht das ist im wesentlichen dass ich ein bisschen so die übersicht verliere an der einen oder anderen stelle und ich dann erst wieder reinkommen muss in dieser richtung reinkommen dass ich dann wieder in den 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 dreh finden und den gerne du musst das machen du musst dieses machen und ich dann immer noch nicht nicht ganz unbedingt sehe so grenzt jetzt am ehesten das mache ich jetzt am schnellsten wie und wo und warum ja und wir werden alles in den griff kriegen davon bin ich überzeugt werden auch diese inseln letzten endes erobern es nur frage der zeit es dauert es dauert doch ein bisschen aber wir werden da hinkommen auf jeden fall bin ich von überzeugt ja das schaffen wir ganz bestimmt für diese folge sage ich erst mal danke danke fürs euer für eure begleitung danke für eure unterstützung danke für deine unterstützung wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten folge wieder bis dahin wünsche ich euch wie immer alles gute und genießt die zeit